Aber Herr Alexander, Sie Böhmakeln also so wunderbar... Moment einmal, wie haben Sie jetzt gesagt? Böhmakeln, Böhmisch sprechen. Achso, ja, wenn Sie sich mit mir unterhalten müssen, Sie Böhmakeln. Böhmakeln. Und wo lernt man das? In Pilsen, weil meine Mutter stammt aus Pilsen. Ja, dann brauche ich gar nicht fragen, was Sie am liebsten trinken. Dreimal dürfen Sie raten. Ja, dann zum Wohl. Prost. Aber geboren sind Sie... Moment, was ist denn das? Ja, das dürfen wir nicht sagen. Aber geboren sind Sie eigentlich... In Wien. Also in Wien und da begann auch Ihre Karriere? In Wien begann es eigentlich, nur selbstverständlich, nicht? Mit meiner Geburt. Ja, klar, an der Sie unschuldig waren. Aber nicht unschuldig waren Sie dann in Ihren späteren Erfolgen. War es eigentlich schwierig für Sie zu Erfolg zu kommen? Ja, also mir wurde wirklich nichts geschenkt. Wie ging es denn los? Wann haben Sie das erste Mal sängerische Ambitionen gefühlt? Na, mit sechs Jahren ungefähr. Meine Großeltern hatten ein Garmophongeschäft, ein Schallplattengeschäft. Also ich war schon ziemlich weit vertraut mit den ganzen sängerischen Größen von damals. Und mein Onkel führte mich zum ersten Mal mit sechs Jahren in eine Oper. Es war Lohengrin, eine Wagner-Oper. Und ich war eigentlich mehr auf den Schwan gespannt, als auf den Ritter in der Silberin Rüstung. Was verständlich ist. Ja, ja, natürlich. Man hatte Tiere sehr gern, ne? Aber als er dann so auf die Bühne ruckte, hat man die Maschinerie bemerkt und die ganze Illusion war beim Teufel. Fantasie war weg. Diese Erinnerung an Richard Wagner war doch für Sie weiterhin bestimmender. Ja, ja, ich schmetterte damals die Kreiserzählung, ne? Ich bekam sämtliche Schallplatten aus der Oper Lohengrin und habe alles einstudiert. Ich sollte auch zu den Sängerknaben, denn zum Unterschied von heute habe ich eine wirklich schöne Knabenstimme gehabt. Zum Unterschied von heute, das behaupten Sie selber? Also das behaupten eigentlich die wenigsten. Darf ich Sie bei der Gelegenheit fragen, fühlen Sie sich eigentlich mehr als routinierter Schauspieler, der auch singt? Oder als guter Sänger, der auch schauspielert? Was bin ich wirklich? Dann komme ich direkt in Verlegenheit. Was sagst du dazu? Ich? Ja, einmal bin ich das. Alle beide, das ist gut. Einmal bin ich beides. Aber nicht nur beides. Aber als drittes bin ich selbstverständlich auch Privatperson. Und wenn ich so indisket sein darf, als Privatperson, wer sind Sie da? Sind Sie da also ein Mann, der sich hauptsächlich für Musik und so weiter begeistert? Oder treiben Sie andere Hobbys auch noch? Ja, ich treibe auch Hobbys. Zum Beispiel? Sportliche Ambitionen? Sportlich, ja. Ich gehe wahnsinnig gern zum Fußballmatch zum Beispiel. Ja, aber das geht eigentlich nicht so sehr. Das ist eigentlich nicht für die eigene Ertüchtigung so gut. Nein, ich bin ein leidenschaftlicher Angler zum Beispiel. Ah ja, das ist aber auch ein gemütlicher Sport. Nein, möchte nicht sagen. Also da müssen Sie mal mitkommen mit mir. Ja? Wir würden es schauen, ja. Und Ihre Frau, die geht auch gern mit zum Angler. Nein, leider nicht. Sie sind doch verheiratet. Ja, schon seit 1952. Haben Sie auch Kinder mit zum Angler? Drei. Drei, ja. Als Sie zum ersten Mal, könnte man wohl sagen, durchschlagenden Erfolg haben, hatten nämlich 1953 in München. Hatte ich da einen durchschlagenden Erfolg? Ja, Sie waren der erste, Sie waren der erste, also vor Vikutariane und damals, das war eigentlich doch der Durchschlag. Zum ernsteren Fach, zum Charakterfach sind Sie eigentlich doch erst jetzt gekommen. Warum muss das Charakterfach eigentlich immer ernst sein? Auch das komische Charakterfach kann man ernst nehmen, das würde ich schon sagen. Und das haben Sie im Schweig, dem Soldaten Schweig, auch getan. Der wurde ja nun schon siebenmal vorher verfilmt. Das ist nicht für Sie gewisse Vorbelastung. Ja, Gott sei Dank, das ist eine Zeigung, dass das ein gutes Thema ist. Und deswegen kann man es nochmal bringen. Ja, natürlich. Und wollen wir vielleicht eine kleine Probe, dürfen wir vielleicht eine kleine Probe aus dem Schweig hören, eine kleine Moritat. Aber vorher darf ich Sie bitten, sich vielleicht in unser Gästebuch noch einzutragen. Ein bisschen Elen, ja. Horch, was jetzt geht's. Horch, was hält dort vor dem Schloss. Ein Reitersmann auf seinem Ross. Eine Stimme hör ich schon. Grosser Gott, es ist mein Sohn.